Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Rennfahrer zu sein war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist vielmehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Ich bin neugierig und lasse mich leicht von Leuten mit Leidenschaft oder Können faszinieren. Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin tolerant und denke, wir alle haben das gleiche Recht zu leben, egal wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Wie wir alle die nächsten Jahre gestalten, wird unser zukünftiges Leben bestimmen. Formel 1 Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen hat bereits begonnen. Lebt wohl und danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden Meter davon geliebt. Ich habe jeden Meter geliebt. Ich habe jeden Meter geliebt. Ich habe jeden Meter geliebt.